Wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich schon längst in Berlin, denn ich fahre mit den Linken nach Berlin. Eva Bohling Schröter von den Linken hat dazu aufgefordert, die ist übrigens Mitglied des Deutschen Bundestages für Energie- und Klimapolitische Sprecherin der Fraktion der Linken und das Programm der Berlin-Fahrt wird folgendermaßen sein. Zuerst für den heutigen Tag, wo ihr dieses Video sehen werdet. Für den Mittwoch, den 25. Mai 2016. Um 7.20 Uhr werden wir uns am Hauptbahnhof in Ingolstadt treffen. Beim Haupteingang von der Bäckerei ist dann die Abfahrt. Dann geht es weiter mit dem ECE. Und Ankunft um 13.33 Uhr in Benin am Hauptbahnhof. Die Gruppe wird von einem Bus der Firma Haru-Becks BVB abgeholt und während des Aufenthalts gefahren. Dann kommt ein Mittagessen in Willis Restaurant in Berlin-Kreuzberg. Und um 16.00 Uhr führen noch das Dokumentationszentrum Topografie des Terrors. Auch Berlin-Kreuzberg. Um 17.00 Uhr anschließend eine kleine Stadtrundfahrt durch Berlin-Kreuzberg. Um 18.00 Uhr geht es dann ins Hotel Check-In. Und da werde ich nicht sagen, wo ich bin. Weil ich brauche die Zeit, um dann die Videos zu schneidern, zu rendern und hochzuladen. Und um 19.00 Uhr findet dann im Hotel ein Abendessen statt. Und das war es für den 25. für den Mittwoch. Und das war es für den Mittwoch. Und das war es für den Mittwoch. Und das war es für den Mittwoch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020